Ja, das hört dann ja an Scheiße sehr wehtun. McDonalds muss mich doch kennen, man. Warum muss ich mich anmelden? Ist so. Äh, lol. LOL! LOL! Ich bin unter der Map! Mit dem kaputten Flugzeug, weil ich im Wasser auf dem Golfplatz gelandet bin. LOL! Und jetzt liegt das hier. Geil!